Freunde, was geht ab bei euch? Ich sag's euch, der Brennfleck hier, der wird auch immer schlimmer, also irgendwie geht der auch nicht mehr weg. Nichtsdestotrotz, morgen ist es wieder soweit, Sonntag 19 Uhr wird wieder, ja, werden wir wieder einen Livestream starten mit der gesamten Sascha-Armen. Ich freu mich schon mega darauf und schreib mir, ja, stellst euch hier mal gerne die Erinnerung vor, damit ihr auf jeden Fall mit dabei seid und das Ganze nicht verpasst, live auf YouTube eben auf dem Hauptkanal und schreib mir auch gerne, auf welches Video ich reagieren soll und das, was ich die meisten wünsche, auf das werde ich reagieren. Einfach hier reinschreiben und dann weiß ich Bescheid. Ja, dann schönen Tag!